Ja hallo liebe Leser von 1200 Grad, wir sind am Stand der Deutschen Steinzeug, Agro Buchtal. Neben mir steht Werner Ziegelmeier, Leiter Public Relations. Und Herr Ziegelmeier, wir haben hier am Stand einige Sachen, die wir schon in München gesehen haben oder die Sie in München schon gezeigt haben mit den Kompetenzfeldern. Können Sie noch mal kurz erläutern, was es damit auf sich hat? Ja, gerne Herr Schanze. Und zwar in München hatten wir verschiedene Kugeln auf unserem Stand mit insgesamt fünf Kompetenzfeldern, wie zum Beispiel Hospitality für Gastronomie, Hotellerie, Health and Care für Gesundheitswesen, Residential für Endverbraucher und so weiter. Und die Resonanz war in München so gut, dass wir dieses Konzept O Miniatur jetzt nach Bologna zur Jersey übertragen haben. Auch deshalb, um das oft, wie soll man sagen, bestönte Neuheitenkarussell nicht neu anzuheizen. Wir haben Neuheiten im nächsten Jahr, haben die jetzt aber nicht fantasielos hierher gepflanzt, sondern wie gesagt, diese Kompetenzfelder O Miniatur zur Jersey übertragen. Die Jersey zeigt ja ohnehin eine andere Zielgruppe noch ein bisschen an. Also von daher ist es international, kann man sagen, ja die Premiere dann für die Kompetenzfelder. Das haben Sie schön formuliert. Genauso ist es, die Besucher der Bau sind nicht identisch mit der Jersey. Und die Kernaussage auch hier in Bologna ist, etwas anders aufzutreten als eben die anderen überwiegend wohnkeramischen Kollegen, in dem wir versuchen zu vermitteln, für was Agrop Uchtal steht, dass wir einer der weltweit wenigen Architekturkeramiker sind. Und insofern gibt es mehrere gute Gründe, warum wir diesmal etwas anders auftreten als gewohnt. Vielleicht noch kurz ein paar Sätze zu den Neuheiten, die Sie gerade kurz angesprochen haben, die zwar noch nicht gezeigt werden, aber sozusagen in der Schublade liegen. Ja, wir haben natürlich wieder Neuheiten für das nächste Jahr. Ich darf vielleicht eine Serie rausgreifen. Und zwar die Kollektion trägt den schnöden Namen Karl. Das ist insofern erwähnenswert, das war eigentlich ein Arbeitstitel von unserem Entwicklungskollegen Karl Weber. Und Herr Weber hat sich dann so engagiert für diese Serie, dass wir gesagt haben, aus dem Arbeitstitel wird jetzt der offizielle Titel. Und zwar, so komisch es klingt, das ist eine Fliesenserie mit Fliesen, die aussehen wie Fliesen. Mehr darf ich noch nicht verraten. Das klingt aber jetzt besonders spannend. Ja, das klingt auf den ersten Blick banal, aber Sie ahnen, worauf ich anspiele, die üblichen Optiken, die wir alle kennen, mit Digitaldruck, in Holzrichtung, mit Stein, mit erdigen Tönen, die sind natürlich nach wie vor en vogue. Aber wir erkennen bei Architekten eine Hinwendung oder fast schon eine Sehnsucht zum Ursprünglichen, zum Authentischen, um diesen Ausdruck zu gebrauchen. Und genau diese Sehnsucht erfüllt diese Serie Karl. Okay, wir sind gespannt. Dankeschön. Danke auch.